Mit den Festivals auf dem Platz sind wir im September an den vier Wochenenden an insgesamt 18 Spielorten in ganz Niedersachsen unterwegs. 18 Konzerte, 18 Lesungen, jeweils gekoppelt Musik und Literatur. Die Festivals auf dem Platz sind eine Kooperation zwischen dem Literaturfest Niedersachsen und den niedersächsischen Musiktagen. Und das Besondere an diesem Festival dieses Jahr ist, dass wir trotz Corona auf öffentliche Plätze und unter schwierigen Bedingungen Kultur ins Land Niedersachsen bringen können. Magisch, magnetisch, geschmeidig im Takt. Fleischschleifen, Schleifenbewegung anplackt. Tanzen an Trance, der Beat ist vertrackt. Rhythmisch geschmiedet am Nicht-Angriffspakt. Eine besondere Herausforderung war sicherlich an diesem Wochenende, dass wir hier im Kloster Walzrode Gegebenheiten haben. Dieses ganze Kloster ist umgeben von einer Mauer und diese Mauer hat nur eine Einfahrt und diese Einfahrt ist sehr, sehr schmal. Weshalb wir wirklich Maßarbeit leisten mussten, dass wir die fahrbare Bühne, die wir auf der ganzen Tour dabei haben, wirklich hier in diesen Kloster-Innengarten bekommen konnten. Wir mussten eine kleine Überbrückung bauen, aber letztendlich hat alles geklappt. Musik 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 Musik